Musik 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 Und damit herzlich willkommen zu meinem ersten Vlog. Wir sind angekommen auf der Insel Pöhl und ich glaube, ich brauche erstmal ein besseres Licht-Setup. Warte kurz. Erstmal, Entschuldigung für den schlechten Ton, ich habe noch kein Mikrofon, was ich wirklich auf die Kamera drauf machen kann, denn die Sony Alpha 6000 hat keinen Mikrofon-Eingang. Yay, danke Sony. Und ich habe zwar ein anderes Mikrofon, dafür muss ich mir aber so ein Camera Cage kaufen, um das da drum zu machen und das habe ich halt noch nicht. Aber ich versuche mal den Vlog sonst trotzdem so gut wie möglich zu machen. Also wir sind hier für drei Tage auf der Insel Pöhl. Das ist eine Ostseeinsel, falls ihr das nicht wisst. Und eigentlich hatten sie angesagt, dass es schlechtes Wetter ist, aber es ist doch gut. Also perfekt. Und hier gibt es eigentlich relativ viele Naturschutzgebiete und Nationalparks und alles drum und dran, weshalb ich die Drohne eigentlich nicht fliegen dürfte. Aber da wo wir sind, hier ein bisschen drumrum, ist eine verbotsfreie Zone. Und deswegen wird es in diesem Vlog auch auf jeden Fall Drohnenaufnahmen geben, weil ich finde, am Strand ist immer mega cool. Jetzt gehe ich erstmal ein bisschen mit dem Pennyboard fahren, das habe ich natürlich mitgenommen. Und da nehme ich euch mit. Also bis dann! ... ... ... ... Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 von beiden Seiten so an, die beiden Hunde zu filmen. Das war voll witzig, die ganze Zeit so klack, 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 klack. Und... Ja, unsere Hunde sind halt schön. Hundestrand. Hunde an der Leine führen. Passt auf jeden Fall zusammen. Na, du sandige Hundetier. Ich zieh mir jetzt auch eben was anderes an, weil wir jetzt Kuchen essen gehen. Oder Apfelstrudel oder Kakao trinken oder was auch immer. Und deswegen geh ich kurz zu uns. Hier ist der Eingang. Und... Offen. Wollte ich mein Bein lieber aufbauen? Oh, Mann. I like you love it. Why you love it. Why you love it. Why you love it. Take care. Yeah. Why you love it. Und so... Wie man, he uh... Weil you're love it. Wình wir 2 violence to take care. Yeah. Hier... Wir waren gerade im Café. Die hatten allerdings schon fast zu, das heißt wir haben einfach was mitgenommen. Also... erst mal zu hause Kuchen. Musik So, das war es jetzt auch mit dem heutigen Vlog, wir haben gerade gegessen, also lasst doch eine Bewertung da und auch gerne konstruktive Kritik und ein Abo ist natürlich auch gerne gesehen, also bis zum nächsten Mal, ciao! Musik